Wir sind mal wieder auf Quattro Colignas unterwegs. Ich bin mega gespannt, was uns heute hier erwartet. Ich mache mich auf die Socken mit dem momentan geilen Set, mit dem ich auch die letzten Tage schon unterwegs war. Ich liebe es, wir sind komplett abgedeckt und heute sehen wir aber auch zu, dass wir einen Schwerpunkt halt noch weiter auf den dicken, fetten Ballermann legen, denn wir wollen Pistolenpunkte weiter skillen. Auf geht's, legen wir los. Ich bin ausgerüstet. Wie bin ich ausgerüstet? Wir schauen uns das natürlich auch nochmal eben kurz an. Wir haben hier einmal die Kaliber 22 Sarsa Predator, also für Level 1 Tiere sozusagen. Dann haben wir für, da haben wir die Munition dazu, 1. Dann haben wir hier die Ranger 243 für Klasse, ja ich sag mal vom Fuchs bis zum Hirsch, für Klasse 2 bis 6. Und dann geht's aber auch schon weiter mit der Sarsa 308 Stalker. Der Gerät ballert natürlich auch richtig rein von 4 bis 8. Und ja, für den Notfall hätten wir dann immer noch den Kollegen Sundberg beiseite. Der alte Sundberg, der ballert halt richtig rein. 4 bis 9 sogar, das heißt wir könnten vom Wildschwein bis hin zum Büffel alles Art und Weitgericht erledigen. Machen wir auch. Ab geht es. Na, guck mal hier. Da hockt eine kleine Gang. Ich bin gar nicht weit gelaufen jetzt. Da hockt aber hier eine kleine Gang. Feldhasen. Direkt. Das ist ja krass. Au, was sind das hier? 60 Meter, 65 Meter. Hier ist sogar noch ein Männchen dabei. Das sind alles sonst Weibchen. Das ist ja geil, Alter. 1, 2, 3, 4. Ich bezweifle, dass ich sie alle bekomme. Wäre natürlich mega cool. Ungefähr 60 Meter. Ich gehe sogar noch ein bisschen zurück. 70 Meter. Und da sind wir doch hier. Genau richtig. Oh, guck mal, nee, der ist ja auf 50 genullt. Den können wir ja auf 50 nullen. Das heißt, wir gehen doch noch ein bisschen näher ran. Aber auch nicht zu nah. Ich glaube, ich bleibe mal hier so auf die 60. Kann halt ein bisschen drüber aimen. Das wäre ja geil, wenn das jetzt so klappt hier auf die. Und da hinten hoppeln sie noch weiter auf über 100 Meter. Ich kann es nochmal probieren. Auf Long Range wäre natürlich auch interessant. Vielleicht kommen wir da ja sogar noch dran. Oh, Warnruf iberischer Wolf. Nee, da hören wir jetzt aber mal aufzuschießen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Wolf. Das wäre ja insane. So, wir heben aber natürlich als erstes hier das Hasenmassaker mal auf. Silberwertung. Jawohl. Der Feldhase. Auch schön. Ein bisschen feister als sein afrikanischer Kollege. Passt doch echt ganz gut. Da haben wir auch nochmal die Silberwertung vom Männchen. Auch ganz gut getroffen. Ein bisschen heller von der Fellfarbe. Und hier nochmal ein Weibchen im Wegrennen. Zack. Erwischt. Auch nochmal eine Silberwertung. Alles gut. Naja, zumindest getroffen. Und jetzt halten wir nochmal die Augen offen nach dem Wolf. Hier vorne kommt nochmal eine Nase uns entgegen. Das ist ja jetzt ein Ding. Na komm, so laut wird das schon nicht sein, oder? Auf 30 Meter müssen wir schon drunter aimen, ey. Zack. Da hinten. Ich glaube, da ist was gesprungen. Ich glaube, hier hinten ist irgendwo was gesprungen. Vielleicht sollte ich gleich mal den Caller rausholen. und ein bisschen rumcallen. Vielleicht kriegen wir echt noch einen Wolf. Das wäre ja der Hammer. Da, 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 da. Da, 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 da. Da. Das sieht aus wie ein Hund. Da ist der Wolf. Ich kann ihn gerade nicht markieren. Das sind die Wölfe. Da. Alter, Stufe 6 schwer. Den nehmen wir doch so mit auf 120 Meter. Kriegen wir den so? Auf 5. Oder mit einem Ballermann. Da müsste ich aber alle ancallen, ey. Ich würde sagen, wir versuchen es mit dem Ballermann. Mit dem alten Herrn Sundberg. Also schnappen wir uns das Kaninchen. Ich call gleich direkt noch ein bisschen. Den Hasen. So viel Zeit muss sein. Und dann versuchen wir mit dem Sundberg auf Wolf. Alter, da kommt der Hase mit einer Goldwertung auch noch hier rein. Ist er denn wahr? Bäm. Ha. Cool. Ein Goldhase. Nice. Wir haben jetzt hier mächtig rumgecallt. Ich bin die ganze Zeit auf dem Weg nach vorn. Passt das denn? Nicht, dass wir hier gleich weggefressen werden, Alter. Uh. Da oben. Da, 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 da. Auf 90 Meter. Ist das der einzige, oder was? Da. Entdeckt. Sechs. Nervös. Okay. Okay. Oh, wir haben da noch eine, eine Sprühdose dabei, ja. Aber er kommt partout nicht. Interessiert ihn überhaupt nicht. Tja, was machen wir? Wenn ich näher rankomme, komme ich natürlich auch hier wieder in so eine, in so eine Senke unten rein und muss dann noch steiler an, äh, dran an, äh, hier hoch schießen sozusagen und ich würde, glaube ich, nur seinen Kopf sehen. Und so würde ich jetzt zumindest den Brustbereich hier noch sehen und haben, ne? Auf 85 Meter. Er chillt da aber auch übelst rum, ey. Von hier oben ran ist genauso schlecht. Also ich glaube nicht, dass ich näher rankomme. Schade, ich würde ja gerne mit dem, mit dem Herrn Dr. Sundberg ja mal den Wolf ein bisschen massieren. Aber es tut sich nix. Ich call nochmal ein bisschen. Alter, was man jetzt schon hört. Hört man das? Das olle Geknurre von den Wölfen. Ach. Als ob die die ganze Zeit rumknurren würden. Hehehehe, da ist er auf 63 Meter. Ich call jetzt aber nochmal. So close. Ist der Sundberg überhaupt da? Geladen? Ist er? Hat er einen Warnruf? Mach mal nicht einen auf den hier. Ich habe jetzt nochmal eben den Caller gewechselt. Und vielleicht auch mit dem anderen Caller, der ja auch für den Wolf ist. Keine Reaktion. Also die kommen partout nicht. Das bedeutet, ich mache mich jetzt hier auf dem Weg, außen herum und versuche da hinten von der Rückseite an den Hügel dran zu kommen. Tricky das Ganze. Okay, aber jetzt wird es richtig wild. Ich bin jetzt einmal gegenüberliegend, einmal herumgelaufen. Wir kommen jetzt hier an die Baumreihe, die hier entlang geht. Hinter der Baumreihe müsste der Wolf sein. Ich denke die ganze Zeit, ich bin in irgendeinem Enddarm gelandet. So gluckert das hier rum. Unnormal. Alter Fall, das wird immer lauter. Irgendwo hier vorne muss es doch schon sein. Der muss doch hier sein. Bis zu dem Baum. Hier geht es schon wieder runter. Da oben drauf. Der pennt einfach, Alter. Ich dachte, er macht hier den Alpha Predator und wetzt schon seine Klauen und so Sachen. Der ist einfach am abratzen. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Und ich piss mich hier die ganze Zeit schon bald ein, ey. Mann, oh. So, 25 Meter. Herr Sundberg. Walten Sie Ihres Amtes. Das wäre irgendwie uncool, ne? Im Schlaf abknallen? Das macht man nicht. Wir gehen jetzt hier mutig drauf zu. Hallo Wolf. Endlich Ruhe. Alter, leck mich fett. Was ein Nervenkitzel hier die ganze Zeit. Und ich wusste auch nicht, wie viele jetzt hier sind. Es war ja nur der eine. Alter, von hier, von da hinten kommt, einmal komplett hier herumgerobbt, hier dann endlich die Baumzeile gehabt. Leck mich fett. Das war ein Akt. Das war ein Akt. Und, naja. Halt auch nur eine Silberwertung, aber nichtsdestotrotz natürlich auch gut getroffen. Beide Lungenflügel. Rabams, Rabams. Und das übrigens noch mit der Munition, die nur für die Aufpilzung geeignet oder besser geeignet ist. Alter, der Wolf. Was eine Wolfsjagd. Ein geiles Ding. Mitgenommen. Jetzt aber erstmal wieder was Kleines, Entspanntes, Harmloses. Alter. Und ich hab mir die ganze Zeit schon gedacht, bei den Eichenwildern, wann treffen wir denn mal auf den Jamon del Patanegra. Auf den Schinken. Und hier liegt er rum. Hm. 135 Meter. Der Wind ist gut. Ich bin noch, sogar noch vollgesprüht. Wir gehen da mal ran. Ich seh momentan drei oder vier Tiere. Dahinter? Oh, noch ein Reh. Ich hatte hier gerade schon ein paar Rehe rumliegen, wo ich mir dachte, verdorre ich nochmal, ich seh die so schlecht, wenn ich quer rüber gucke, aber jetzt von hier oben runter, super geil zu entdecken. Und hier liegt echt nochmal so eine Schweine-Gang, ey. Genau das, was ich gesucht habe. Also eins, zwei, also vier sind es bestimmt. Vier oder fünf? Das wär ja der Hammer, ey. Herr Sundberg, bitte. Vorbereiten und, äh, ja, startklar machen. Und da hinten laufen sogar noch mehr rum. Ei, 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 ei. Da laufen noch mehr. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie machen wir das? Ich würde fast sagen, ich locke die jetzt hier liegen denn schon mal an, damit wir nicht zu sehr in das Gebiet, der da hinten rumrennenden, eingreifen und dass die vielleicht doch noch irgendwie hier nochmal später zur Verfügung stehen. Denn der Herr Sundberg ist hungrig. Der hat Bock auf spanischen Schinken, Alter. Hm, ich versuche mal hier, kann ich hier in Deckung gehen? Reicht das? Bietest du mir hier, das bietet, das bietet mir gar nichts, ey. hier an dem Baum. Also dafür würde ich ja, würde ich ja doch gerne richtig getarnt sein. Gucken wir mal hier vorne mit dem Busch, wie es damit aussieht. Der Wind passt so weit. Diesmal ganz gut gnädig, aber das Gebüsch, Katastrophe. Dann nehmen wir mal den Baum, ich hoffe, der hilft. Richtig hinlegen möchte ich mich eigentlich nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal außer Acht. Und wir nehmen hier die chillenden. So, jetzt sind wir doch hier so einigermaßen. Auch das bietet keine Tarnung. Verdorre ich noch mal, ey. Doch jetzt. Getarnt, doch. Einigermaßen getarnt, okay. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich calle sie jetzt. Und dann gucken wir erstmal, wie die sich hierher bewegen. Entfernung, 90 Meter, 75 Meter. Die in Sundberg. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal so ab 50 Meter gehen wir dann rein in die Action. Ja, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so weit. Das passt. Okay, wir fangen mal an mit dem Callen. Und mal gucken, ob sie auch darauf reagieren. Der Wolf wollte ja gerade nicht. Und jetzt nach dem vierten Rumgetröte springen sie auf einmal auf. Und wir schauen uns das Ganze hier nochmal an. Die Rotte. Eins, zwei, drei dahinter. Vier. Fünf. Eins, zwei, drei. Das sind fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück. Sie stehen ziemlich ratlos jetzt hier rum und dann auch noch weit auseinander. Uncool. Ich warte noch ein bisschen. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, ob ich da jetzt schon reinholzen soll. Wir warten einfach noch mal ein bisschen ab. Eins, zwei, drei, vier. Ja, hier ist glaube ich der Primär, ne? Das ist doch das Männchen Stufe 3. Ja. Er ist der Primus. Damit geht's dann los. Da haben wir auch noch einen rumstehen. Okay, sie sind close. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Schlechter Winkel, schlechter Winkel. Die kommen natürlich frontal. So, jetzt hier. Ja. Ich bin jetzt. war glaube ich ganz okay war doch glaube ich ganz okay ich weiß nicht ob ich den da hinten noch getroffen habe aber die hier vorne lagen doch recht schnell bronzewertung bei dem schweini allen frontal rein zack ist natürlich nett wenn die sich hier so offen präsentieren rein in die lunge und was halt wichtig ist wir machen wieder points für den baller mann denn wir sind immer noch hier mit der auf pilz munition unterwegs und nicht gleiches spielchen und nicht mit der durchschlagskraft munition und dafür dass es halt die auf pilzen ist weil das ding halt doch noch ganz schön gut rein bin ich doch echt zufrieden mit ja und tatsächlich der letzte schuss war hier auch noch ein treffer wahrscheinlich irgendwie nur die beine oder was getroffen ich folge den mann wenig war es denn wirklich so schlecht getroffen in den muskel im run im weg rennen war doch gar nicht so schlecht getroffen aber aufgrund der durchschlagskraft beziehungsweise einfach hier wirklich in so eine speckschwarte rein unlucky alle einfach nichts lebenswichtiges getroffen abgefahren naja schritte close schritte close irgendwo müssen hier noch welche sein da 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 das männchen sehr gut 50 meter mitgenommen her so ein berg bitte da ist noch einer gewesen ja wo der herr sind so ein berg hin beißt da fallen die schweine schön seitlich rein den nächsten keiler haben wir mitgenommen jawohl und auch auf die range immer noch recht präzise und zumindest tödlich alter feiler ey das war bestimmt nicht ideal getroffen oder weit davon entfernt aber halt den ganzen arsch weggerissen was willst du machen ist halt auch scheiße zack mitgenommen so nun aber bisschen weiter fortfahren hier wir brauchen ein bisschen progress die base keine ahnung was hier ist und dann sollten wir vielleicht auch noch mal da drüben irgendwann mal ankommen also hoppigaloppi na sehen sie mal herr sundberg sind das hier nicht wunderprächtige tempraneo trauben alter falter da weiß ich doch schon wo wir uns heute abend schön entspannt einen reinstellen können so moog wie das ey aller feinster stoff perfekt ja ich würde sagen wir entern mal die base und dann gönnen wir uns erstmal hart ein ja nice ey da sind wir auch schon abgefahren sehr sehr cool auch hier übelst schick perfekt sind wir noch gut genug ausgerüstet haben wir noch alles wir müssen ja noch ein paar meter machen bisschen strecke brauchen wir noch 36 schuss ja 38 schuss hier wäre jetzt glaube ich ja hier wäre dann bestimmt schon die nächste base das machen wir aber nicht denn da passt das auch mit dem wind nicht ähm aber ich sag mal so grob hier in diese richtung das passt richtig gut genau das heißt wir machen uns hier wieder auf die socken die uhrzeit passt glaube ich auch immer noch ja wir haben 13 uhr richtig schicke area auch hier und ich glaube hier können wir noch jede menge entdecken ah 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 was haben wir da europäischer mufflonalden da muffelt ja der mufflon naja die mufflon und so das machen wir aber ein andermal oder da geht es dann irgendwann hoch hier in die berge und ähm da bin ich auch übelst gespannt was da abgeht aber die suchen wir uns in einem separaten teil da brauche ich auch irgendwie bergsteiger ausrüstung für oder so so attacke vollgas da grob da hinten da ist die brücke und irgendwo da hinten muss noch eine base sein alter hier sind sie stufe 4 mufflon und das ding sieht schon anders wild aus primär ziel ich muss daran schleichen ich muss ein bisschen alter das wäre jetzt so mega gut uff der hat ja ein richtig krasses geweih schon einfach eine ganz bescheidene deckung hier der wind ist einigermaßen okay kommen die jetzt auf mich zu ich kann es nicht weiter beurteilen ich muss erstmal näher ran hier an die kante und dann habe ich hoffentlich noch genug zeit um sie näher zu betrachten ei 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 nicht dass die jetzt irgendwie abhauen ich komme da nicht näher dran ey ich muss an den baum vielleicht vom baum aus schritte 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 hoffentlich verjage ich die jetzt nicht ei 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 oh mein gott go 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 so ich hoffe dass der baum ist tarnung bietet ah guck mal jetzt sieht man erst was keine ahnung wo sie hin sind doch da sind sie noch der ist es hier der otto 61 meter geiles geweih stufe 4 bis zu 60 kilo trophäenwertung nicht so schlecht nicht so schlecht stufe 4 tiere perfekt perfekt für herrn sundberg äh ich würde sagen wir schleichen da mal ran der eine steht schon auf liegend halt gar nicht gut ne da sehr gut danke danke ohne scope jetzt steht er genau vor dem anderen kann ja Gar nicht so einfach auf die Entfernung eilen. Und dann haben wir hier so einen übelst gekringelten, goldenen Mufflon, Alter. Aber was er für Kringel hat. Krass. Er ist ja komplett gekringelt. Und eine Goldwertung auch noch dabei. Bam. Nice, ey. Rabams. In die Lunge. Schickes Ding in aller. Schickes Teil. Ja, gut in der Goldwertung. 179 plus ist dann erst Diamond. Da ist noch Luft nach oben. Aber schon mal mega cool, ey. Mega cool. Krass. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken. Hier waren noch ein oder zwei weitere Anschüsse. Ich hoffe, die sind nicht so wirklich weit gekommen. Schauen wir mal eben nach. Ei, ei, ei. Und beim Suchen kommt hier noch so eine Weibchengang entgegen. Na ja, das ist ja ein Ding. Alter. Kommen wir die Wölfe an. Was ist jetzt los, ey? Ich werde hier von Wölfen angerannt. Reload, Alden. Noch einer. What the heck? Da hinten ist noch einer. Alter, ich dachte gerade, jetzt kommen die Mufflons wieder. Da ist es auf einmal eine Gang Wölfe. Oh, das hat man noch gut getroffen da hinten. Auf die Range. Wow. Wow. Der ist so ein Berg, Alden. Der regelt. Krass, Alder. Goldwertung. Wolf. Next. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Warnruf. Einer will es noch wissen. Da hinten ist er. Alter, hier der Nächste. Mies getroffen. Mitgenommen. Alter. Und hier liegen noch mal drei Stück. Alter, was geht denn ab? Huch. Öh. Macht man nicht. Naja, komm, auf die Range jetzt hier bin ich froh, dass ich überhaupt getroffen habe. abgefahren. Abgefahren. Und das war der gerade, der letzte. Zack. Auf 126 Meter mit dem Herrn Sundberg. rein da. Alter. Goldwertungswolf. Auch noch mitgenommen. krass. Krass. Was geht denn ab? Boah ey, was ein krasses Massaker. Gerade noch die zwei Mufflons, die zwei weiteren männlichen Mufflons aufgehoben. Ich drehe mich um und denke, Alter, vielleicht ist ja noch eins von den Weibchen, was da rumrennt. Auf einmal rennt der erste Wolf. Bam. Direkt der Nächste. Zack, zack, zack. Alter, unnormal, bis ich da überhaupt geschnallt habe, was denn da los ist. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass ich angegriffen werde. Nix. Bisschen kritisch. Der gute Herr Sundberg ist dann vielleicht doch ein wenig langsam. Wenn er erstmal leer ist. Ich mache mich jetzt erstmal auf zur nächsten Base. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video und den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Weitmannsheil. Bis zum nächsten Mal.